Monster Zeug, was ihr hier seid. Stardust als letztes, weil brauchen wir nicht. Wo war Stardust? Da ist ein Stardust. Das war die Vortex Pillar. Hier passt. Das war daheim. So kommen wir wieder auf einmal ein. Oh. 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 Oh ja, das mag das ja. Oh ja, das mag das ja, das mag das ja. Oh ja, das mag das ja. Oh, ich denke mal, ich werde das in zwei Folgen wieder aussplitten. Oh ja, das mag ich nicht. Oh ja, das mag ich nicht. Oh ja, das mag ich nicht. wieder so viele. Das hat mir echt immer schon kein Glück gehabt. Sooo. Den wollte ich zum Schluss machen. Also fort mit. So. So. Die machen wir als nächstes. Flücheln. So. Weiter mit dem Flücheln. Dann haben wir wieder 3 von 4 gekillt. Dann behalten wir beim nächsten Mal ein bisschen Bessert auch vor. Ich brauche mal nach gerade. So. 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 onger pouquinho. So. 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 Und dann nehmen wir uns noch mal direkt zu ihm. direkt so Map wieder einblenden, machen es raus scrollen komplett da geht wohl wieder am meisten drauf, wenn ich wieder ein paar mal verächtere, ist er doch schon da noch mal schön in Bewegung das hat mir auch geholfen bei dem anderen so 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 und dahin oh man alle es liebt doch so gut es liebt so gut ja komm hier da danke ich hab so gut gedacht ich hab so gut gedacht man soll nicht einfach hier vor ihm flüchten Nur einfach in eurem Kreis? Wie geht's damit? Ernsthaft Chloe Maschuhn Dafür habe ich mehr als genug Da bin ich einmal verreckt Booty Da können wir das Ganze nochmal einsortieren Alles Läuft Mann ist das wieder alles voll mit irgendwelchen Käse hier Sooo So Tränke aufstocken wollen wir nicht Gut Banner Banner 4 Sooo Oh Aber Ja Das wird mir jetzt nicht irgendwie Faulty Peep Banners oder sowas irgendwie bauen Außer muss ich sie dafür mindestens 50 Mal klatschen Bevor es irgendetwas bringt Naja Da bin ich verreckt zuletzt Aber was müsste ich eigentlich Hä? Egal Jut Was wollen wir denn noch machen? Ich würd sagen ich geh nochmal angeln Wollen wir überhaupt was zum Angeln gibt West Jungle Das ist ein Schatz an Wollen wir ja so ein Schatz an Den Tropical Bar Bruder Alles klar Ja Wir holen jetzt mal das Angelzeug raus Und nehmen wir wieder Spaß Jetzt haben wir die Fin Wings Die haben wir sowieso hier drinnen Genau Jut Angeln ist einmal da unten Ja Einen weiter unten Als ganz oben Sooo Die Flüche würde ich ja behalten Nehmen wir das mal Der Killbox Den O-Ring habe ich Hä? Ah ja Äh Ähm 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 Haben wir irgendwas übersehen? Nö Eigentlich nur noch Köder Masterbait Nö Nur noch die Ausrüstung Ja Increases fishing level Nö Nö Sooo Sooo So, da machen wir die Ausrüstung komplett und dann soll ich zum Dschungel an der Oberfläche Wo ist ein großer, entweder den oder den? Das müssen wir auch noch als Softs zählen. Na ja, genau. Ist der Cat. Gut, reicht mir schon. Bei einer habe ich bereits genug. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich hasse die Viecher, ey. Geh weg. So. Dann kann man im Prinzip schon mal alles einsortieren. Oder fast alles. Oh, dick einsortieren, das reicht mir ja schon. Tropical Baracuda. Gucken wir mal, wenn wir schon mal da sind. Ob wir nicht doch irgendwo Loot haben. Loot die Loot. Loot die Loot. Nein, ist nichts. Aber ja, das ist alles klar. Mhm... 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 Jaaa... Dann gehen wir mal zurück. Kann man schon was Engelzeugs einsortieren. Was ist das, was ich nicht per Quickstack einsortieren will? Das ist der Tropical Barakuda, alles klar. Äh, angeln. Da. Da. Und da. Einmal wo wir es können, weil ich die Fish Wings so gerne mag, bleiben wir erstmal da bei denen. Da, 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 bei denen. Wo ist er jetzt hin? Da latscht der Ring. Ähm. Ich muss mal den Öffnungen machen. Ja, ich habe die Mechanismus hier einbauen. Aber ich sperre nicht, wo wird das selbst aus? Fisch hoch. Ein Goldfisch hoch. Was kann das? Achso. Das gucken wir uns doch mal an. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Also was für die Movement-Kiste! Oh man! Geh weg! Ach Gott. Movement 1 immer noch. So! Oh, ich denke mal, dass der kann zicken. Mal davon haben wir genug. Den da noch rein. So, kommt weg. Habe ich nicht getätet, aber das brauchen wir auch nicht gerade. Die verkaufen wir nochmal. Dann können wir erstmal so bleiben mit den Tränken. Noch nicht einsortiert. Nein, da kann ich's verkaufen. Und natürlich habe ich ganz vergessen, mich dem Travelling-Marshen zu widmen. Mal wieder! Ja, die hat bloß die Party-Troller. Na gut! Ich denke, das reicht erstmal. Wieder zwei Folgen. Dann würde ich sagen, auch wenn hier wieder eine Wehrwolf-Nacht ist, aber keine Blutmund-Wehrwolf-Nacht. Würde ich mal sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Mal gucken, was ich da mache. Ob ich dann nochmal versuche, den Moon Lord gleich zu klatschen. Oder erstmal was anderes mache. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem. Bis dann... Dann... Dann. Oh, oh, oh.